Wie kann man auf Instagram anrufen? Instagram hat, wie andere soziale Netzwerkplattformen wie Telegram, WhatsApp, die Möglichkeit, Sprach- und Videoanrufe zu tätigen. Und vielleicht möchten einige Benutzer per Sprache miteinander sprechen, anstatt auf Instagram zu chatten. Das erleichtert die Kommunikation untereinander. Melden Sie sich dazu bei dieser Anwendung auf Instagram an. Klicken Sie nun auf die Suchoption. Klicken Sie erneut auf die Suchoption. Geben Sie hier den Namen der Person ein, die Sie kontaktieren möchten, und klicken Sie darauf. Oder finden Sie diese Person auf beliebige Weise, zum Beispiel in Ihrer folgenden Liste. Möglicherweise haben Sie sich in der Vergangenheit mit ihm unterhalten, sodass Sie diese Person finden können, indem Sie auf die Option Startseite klicken und die Chatseite aufrufen. Finden Sie in jedem Fall das Konto dieser Person. Klicken Sie auf die Nachrichtenoption, um die Chatseite aufzurufen. Klicken Sie auf diese Option aus den Optionen oben, um einen Sprachanruf zu tätigen. Sie können problemlos mit der anderen Person am Telefon sprechen. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen.